stock 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 wie knippe wo soll man spawnen? in der mitte? bonn hq02 das ist ein supply truck ich habe einen flak scheinwerfer gefunden ich sehe gar nichts hier wie zackst du es da? beim helden leuchtet rot, robert ja, das war ich auch so was ist denn das? das ist aber schon ewig, dieser Bug sieht ganz komisch aus, als würde Wasser so drüber laufen soll ich da schon mal hinfahren? oder? wir haben noch anderthalb minuten ja, wir haben noch 5 freie plätze kommt noch einer? merkt doch ein, Junge der fliegt vielleicht obendrauf als MG-Schütze das machen die manchmal ich fahr jetzt mal los ja, fahr los das Wasser hinter uns will ja auch mal los ich habe das Gefühl, dass zu dem, dass es halt zarten Dusk da draußen ist die Scheibe auch noch saudreckig ist hier jetzt ja auch die vorne dann gleich rechts und dann links ja, rechts ja stopp boah alter macht hier so nen Krachsch wieder alter wie machst du die Leute? ich weiß, dass ich den jetzt so schnell in der Liste finde irgendwie ja, der ist im Foxquad ja ja also ich habe in der Minute, dass sowas geht nicht mehrmals auf die Eier so, wo sollen wir da hinfahren? äh, die nächste Kreuzung links also wir fahren einfach direkt in den Punkt rein, ne? vorne jetzt links mhm und dann vermutlich wieder rechts zunächst, oder? ja 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 genau die nächste wieder links also da so quasi geradeaus ja dann können wir hart links fahren also wenn wir bis rein fahren wollen also wenn wir bis rein fahren wollen hier vorne wieder links und jetzt hier rechts gleich, oder was? ja, warte ja hinter dem Gebäude, ne vor dem Gebäude ist das ja vor dem Gebäude ja wir können ja auch raussteigen ja, achso, weil es nur noch 150 Meter sind, ja 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 aber die Gegner sind auf jeden Fall mehr als wir im Softcap keine Angst, das wird gleich noch scheiße genug und ich bin ganz vorne und jetzt würde er brechen ja ja bist du schon im Hardcap? easy rechte Seite pink den hab ich hast du Laster von denen da ist noch einer an dem Bunker Bunker außen habe ich ja, du hast ja ein OP gesetzt, oder? ja nein, da stehen sie wieder vom Bunker genau scheiße achso, unser Team ist schon wieder tot ja, wir sind hier drinnen, aber die werden uns hier gleich rausholen aber ich hab doch deutlich mehr als den einen erschossen, what the fuck hä? hast schon wenig noch gar nicht sieben getroffenen Schüsse und ich soll nur eingetötet haben unser OP ist schon wieder weg was, was? doch nicht, geh nicht von weißer drüber aber bleibt mal am Leben, weil gleich ist es dann weg, wenn ich gekämpfte wir sind mitnehmen im Hardcap, ich glaub, wo kommt von wo von wo, Alter, das ist immer so der Hammer okay, irgendwie hör die Leute, aber ich seh sie nicht ich weiß nicht wo die sind ja das ist eine große, graue Scheißmasse hier und jetzt ist der OP weg ja ja ganz weit hinten haben wir einen Supplier brauchen wir auch mal unseren Supplier dann Defop auf den Bewegungsmarker vorne an der Front legen, der da aus dem Haus ist gar nicht das wird ja so nix werden was sie hier ganz schön haben wir hier oben 50 und dann ist das so ich das ist das ist so ich Feind gar nicht auf Ping, Björn Wo seid ihr? Auf der anderen Seite von dem Bunker ist ein Feind gar nicht Feindliche Garnison auf Dockmarker Feind gar nicht zerstört Bevor ich da jetzt hinlatsche Bitte diese Gleise auf den Bewegungsmarker ablegen Alles Auf was du Bock hast, da drüben steht noch der Lasterholt Ja, ich sitze auch gerade Das ist abgelegt Von hinten Das gibt's doch nicht Der Feind ist übrigens hier hinten bei unserer einzigsten Verteidigungs Garni Schon mit dem Supply Truck oder irgendwas Ja, wir haben es jetzt fast durchgecappt, oder? Vorne die Narbe Alle Leute, ich gucke die ganze Zeit auch bei einem falschen Typen oder was? So, jetzt haben wir die Narbe durchgecappt Du kannst den Kann ich gleich zerstören, nimm mal den Garni Marker vorne raus Ich hab die Garni zerstört Außerdem haben wir es durchgecappt Da ist sie sowieso weg Oh, Alter, willst du mich verarschen, ey? Pinkel, oder? Nee Hier mitten im Nirgendwo ist der Supplyer von denen unterwegs Der baut hier ne Garni Wo? Kannst du pingen? Direkt unterhalb von unserem Oberhalb von unserem OP Wenn du hinten am OP spawnst Einfach hoch den Berg Und dann ist da Ein Leitwehikel von ihnen Und dann kommt im Endeffekt Die Garni dahinter Okay, also das Leitwehikel kannst du rausnehmen Das ist zerstört Oder war das? Jetzt hat der Kunde von uns was gebaut Da Da steht von uns ne Garni Warte mal, warte mal Hier irgendwo Naja, irgendwie hat sie gerade Ein von uns zerrissen Ja, den Typ hab ich hier Ja Der Outpost ist raus Ja, wir müssen unseren Outpost auch Richtung Narbe bekommen Ja, das Ding ist Unsere Vorräder sind schon wieder weg Irgendwie hatte ich einer schossen glaube ich Ja, der müsste tot sein Aber vermutlich müssen wir trotzdem mal zu dem Haus gehen Naja, aber dahinten also Ja, ich geh mal zu dem Haus Weiter hinten rechts rennen auch noch Leute rum Geht mal das Haus Dann kann ich da den OP setzen Da sind doch Gräben Oh, 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 ich krieg geschossen und rechts Westen, Nordwesten Oh Ja, so hinterm gucken wie ihn raus sagen Alles grau Schon wieder Ist das hier direkt neben dir? Nordwesten Ne, neben nicht Ja Weißt du, dann kommst du da vorgeschissen Dann ist stetig Und wartet Keine Ahnung, ich seh überhaupt nichts hier Neuer Bested Neuer Bested Also bei dem Haus hab ich jetzt eben keinen gesehen übrigens Keine Ahnung Keine Ahnung Hier ist alles Naja Wir haben ein Ping-Born-Feind Oh, scheiße Er sitzt hier vorne, er ist direkt an dem Holzstapel Alter, ich seh die Leute nicht Ich weiß nicht wo die sind Ungelogen Ja, ich Ich bin einfach nur losgelaufen und war zum Tor Keine Ahnung Ich seh die nicht Ich seh kein Münderungsfeuer Ich seh kein gar nichts Auf dem Ping Da sind noch War mindestens einer Können noch mehrere gewesen sein Kannst nicht genau sagen Ja, davon nehmen wir aber schon den nächsten Punkt Wir haben eine Ganz merkwürdig Okay, ist raus Ja, vorne wäre gar nichts voran Ich markiere hier mal Infantrie Auf Ping Bist du irgendwo in den Haus verpassen? Ich bin eben zu wenigen Leuten Ich bin eben zu wenigen Leuten Achtung, ein Verbündungszimmer an der Garni Ach, kommt sicher von hinten an Wo bist du gefangen? Da unten? Ja, irgendwo da in dem Bereich Ja, irgendwo da in dem Bereich Ja Nein Oh es kommt Beschuss von Osten An der Garni Da klotzt halt einer von oben irgendwie vom Hübel, auf Ping ist feindlich Infanterie. Eigentlich müssen wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich nach vorne kommen, wenn das durchgekackt ist. Fahre mal direkt hier in den Norden, Feinde. Haben wir was, wo wir vorne spawnen können? Wir müssen dringend nach vorne jetzt. Ja und das steht auch noch gar nicht, sehr gut. Wir sollen versetzen. Lock versetzt sich auch. Mein Infanterie auf Ping. Ja, ich hab so einen Eindruck, dass sie nicht gehört, so. Oder sind das gegnerische Team? Ja, aber ich find's schon mal ziemlich schlecht. Ich mein, wir haben doch überall gar nichts. Alter, ich komm hier nicht mehr über den scheiß Zaun drüber. Ich vermute, die Gegner haben das gleiche Problem wie wir, das ist einfach nübsch zu sehen. Ach Gott, jetzt komm ich echt wieder nicht durch das scheiß Wasser hier durch. Es ist ja zum Kotzen. Die Frage ist halt, warum gammelt da jetzt noch ein ganzer Squad an der Narbe rum? Und ein Panzer von uns. Warum sind die nicht schon weiter vorgerückt? Weil die Gegner gefunden haben und sich gedacht haben, oh, die muss jetzt bekämpfen. Da hinten ist so ein Gebäude, da waren eben Leute dran. Ich hab ja einen Typen aus unserem Team, der ist die ganze Zeit weiß im Tier. Da kommt ein Panzer die Straße runter, Björn. Wo? Wo ist hier? Ich bin tot, er hat mich erschossen. Warte mal, ich muss es sehen, ich seh grad die Karte nicht. Vor der Gadi aus. Über Richtung anderer Punkt läuft einfach auf der Straße. Mhm, okay. Da ist schon irgendwas markiert, aber das ist nur ein Leitfähiges. Es ist aber ein Panzer. Und wie ein Pionier? Ich bin Atela. Ja. Ja. Aber ich würde mit... Ich wollte in den scheiß Graben da rein, aber wir müssen wahrscheinlich über Süden und dann hier in diesen Fluss rein, dann da unten. In den Fluss? Achso. Na gut. Beka da unten ne Garni, da in die Richtung. Und dann von da unten da hoch. Beka da unten ne Garni. Ja, warte mal. Hier, da wo die zwei Gebäude sind, auf B... Hm, keine Ahnung. 5, 6 ist das. Die Garni hier vorne ist im Markt. Warte, ich markier die euch. Hier steht die Garni. Ne, da ist keine Garni. Ne, da ist keine Garni. Was? Da ist ne gegnerische Garni. Ach ne gegnerische Garni. Das ist ein Zusatz, den ich gebraucht hätte. Ja. Ja, meine Garni, also unsere Garnis markier ich nicht. Ja, ja. Schon klar. Das, also... Das war einfach. Ein bisschen verwirrt. Oder, oder seht ihr die jetzt auch schon nicht mehr? Sehe ich auch. Ne, weil du halt, du hast von ner Garni gesprochen. Ja. Du hast gesagt, Beka hat da ne Garni. Meine gegnerische hat er halt markiert. Op, 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 op. Hopp. Und gleich neuer OP. Das ist aber gut. Neuer OP steht. Neuer OP steht. Was hab ich denn hier unten? Ach kaum. Leitvehigel. Feindliches Leitvehigel auf Dogmarkt. Robert, wo bist du? Tot. Im OP direkt ein Leitvehigel. Ja. Der ganze Wald ist voll mit irgendwelchen Amerikanern. Also südlich vom OP. Siehst du, dass da westlich von unserem OP sind vier Feinde markiert? Ja. 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 Scheiße. Ja, die liegen hier im Wald. Ja, sehr schön. Die bewegen sich aber schnell. Mhm. Die setzen ist fein. Sie sind ziemlich dicht von uns. Alter. Es dauert einfach Jahrhunderte, bis diese scheiß Panzerschreck mal schussbereit ist. Das ist meine Fresse. Alter. Was darf hier unten wo ich kämpfe, äh, sind Feinde? Direkt hier voraus. Alter. Warum in der MG irgendwo? Ey, diese Leitvehicles, ne, wie krass die gepanzert sind. Ja. Ich hab dem, äh, zwei Schüsse aus der Panzerschreck direkt auf Motorblock geschossen. Ja, oder wie schlecht das halt umgesetzt ist in dem Game. Eigentlich ist der ja bei einem, ist das vorbei. Ja, normalerweise schon. Habe ich mir jetzt mit meinem eigenen Ping wieder... ...die sich blockiert. Ja, der macht das so lange Dauerfeuer, bis er mal irgendwas trifft. Das ist nicht traurig. Nein. Das Leitvehikel steht halt immer noch da drüben. Das war jetzt der dritte Treffer auf Motorblock. Der vierte Treffer. Das Ding ist total verbuggt. Kann mir doch keiner erzählen. In dem Game ist so einiges seit neuestens verbuggt, habe ich den Eindruck. Das war jetzt der fünfte Schuss da drauf auf das Fahrzeug. Und es existiert einfach immer noch. Lass es stehen. Ja, lass es stehen, genau. Der sechste Treffer. Ja, fünf und sechs kamen nicht von mir. Da schießt noch jemand anderes mit drauf. Alter, ich muss mal... ...so. Pass auf, Robert. Von dem Vorfeld wird geballert irgendwie. Hä? Der ist unverwundbar. Ich krieg den nicht tot. Wo denn? Wer denn? Der ist gerade an mir vorbeigerannt. Was? Ich hab viermal oder so hab ich auf den geschossen. Der rennt einfach durch meine Schüsse durch. Den Scheiß hatte ich gestern auch. Der ist tot. Dann von da unten. Was ist denn das hier noch schon wieder für ne Scheiße? Hab ich schon wieder einen Ping von was weiß ich was wieviel? Vielleicht hat er auch der einfach eine Ping von... ...hinsetzt von Gut und Böse. Ja. Die kommen auf definitiv hier unten ist irgendwas. Dann haben wir was. Ich liege in einem Loch hinter einem Baumstamm und irgendwer kann mir trotzdem in den Kopf schießen. Der muss ja irgendwie sonst wie über mich. Also ich verstehe es manchmal nicht hier. Ich gucke mir runter in den Ernst. Ja, ich habe diesen gerade genauso abgefuckt, weil die halt ja einfach durch den Wald trennen müssen oder eine Wahl haben. Das ist mit dem Game-Loss. Ich habe hier die Halbkette markiert und der zählt einfach nicht runter. Wie, der zählt nicht runter? Ja, der kommt auch immer hier 40 Sekunden und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einfach gehangen und habe nicht runtergezählt. Beim Spawnen. Nichts. Nichts gibt es. Bekanntermaßen kein Verteidigungscode. Panzer auf Ping. Was ist auf Ping? Panzer. Mittlerer. Mittlerer Panzer auf Dockmarker. Ich würde ja ganz gerne mal bis davor kommen, aber ich glaube, ich spawne einfach da vorne, aber gar nicht. Gut, aber er fährt halt jetzt sonst wie... Der Ping ist aktuell, oder was? Ja. So nach C3, falls ich jetzt muss. In den C3. Ach, da oben. C3 ist ganz normal. Ja, warum sollen wir nicht von Süden aus angreifen? Von Süden kommt gar keiner. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir da durch besser. Ist mir egal, was die da... Eigentlich macht das ganz gut. Scheinbar hat er ja irgendwie jetzt Meldungen, dass man da gut durchkommt. Weil hier unten, wo ich jetzt war, war jetzt auch schon wieder Spallett. Ja, aber das Problem ist, sobald wir hier unten weggehen, kommen die Gegner halt hier durch. Ja, aber sie haben halt auch erst mal was zu laufen, wenn wir da in den Hardcap reinkommen. Ja, ich gucke jetzt erst mal, wo der Panzer ist. Ja, ist sinnlos. Ja, jetzt... Ich will jetzt mal da oben. Wenn er drauf geht, kann er da oben rein. Du hast oben noch C3-3 versetzt. Der Panzer sieht mich halt im Dunkeln in der Wiese liegen. Ohne Probleme. Ja, weil für ihn ja nichts rendert. Ich kenne Süd gar nicht. Leute, hier sitzen doch die Amis direkt am Baum. Warum sehen denn hier fünf Leute den nicht? Neu OP steht. Diese Städten, die gar nicht hier so beschissen. Keine Ahnung, kann ich hier nicht sagen. Was ist denn unterliegt? Keine Probleme. Ich bin halt im Bunker gespawnt. Wir müssen da wieder rauskrabbeln irgendwie. Wo wir hier rumlaufen, kann es aber auch wieder noch aus dem Maul kriegen, weil irgendeiner gerade frisch von seinem Hack verbrannt, wo eben noch keiner war. Scheiße, ich habe hier wieder einen untoten Ami. Ich kriege nicht down. Vor uns ist eine Feind gar nicht gemeldet, Robert, ne? Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das Capraise gewinnen hier. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Oh, die greifen ganz schön hart von unten an. jetzt sag ich ja, wir müssen zusehen, dass wir das Caprace gewinnen, aber ich fürchte, das wird hier nix ist die gar nicht so weit, war weg da vorne in der Ruine ist einer hast du den? ne, ich hab den vor dem, vor der Schweine in dem Haus hab ich nicht der in der Ruine hat auch gerade irgendwas vollautomatisch rausgeschossen wir verlieren das Caprace hast du nicht gesagt, du hast den vor der Scheune? ich hab nicht gesagt, dass es kein weiter sein kann neue OP steht der soll einfach mit seinem Panzer da rein fahren, wo ist das Problem? haben wir doch ja 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 das war gut ich glaube ich den Rektor ich glaube ich den Rektor auch noch bis jetzt Level 100 bis jetzt Level 100 also und so und und Wie viel ist jetzt auch nicht rumgekommen in der Runde? Das geht nicht lang. Ja, fix.